Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da Mario Felix Vogt. Er gehört zu den bedeutendsten Vibraphonisten der europäischen Musikszene. Doch sein Interesse gilt nicht nur der Musik. Auch die Stadtentwicklung ist ein wichtiges Thema für den 1965 in Darmstadt geborenen Komponisten und Improvisationsmusiker. Wie man Strukturen der musikalischen Improvisation auf die Stadtplanung übertragen kann, das wird er uns heute erklären. Ich freue mich sehr, dass er heute im Rondo-Podcast zu Gast ist und sage Hallo Christopher Dell. Hallo. Mich würde erst mal interessieren, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist. Stammst du aus einer Musikerfamilie oder einer besonders musikinteressierten, musikaffinen Familie oder wie hat sich das ergeben? Ja, von meiner Mutter her gibt es sehr, sehr viel Musik. Dort hat man auch zu Hause viele Bachchorele gesungen und Hausmusik gemacht. Der Bruder meiner Mutter ist mit meiner Mutter immer auf die Darmstädter Ferienkurse gegangen. Und insofern war meine Mutter über diese ganzen Entwicklungen auch in der neuen Musik sehr gut informiert. Das ist so der eine Strang und der andere Strang ist, dass wir in Indien gelebt haben in meinen ersten fünf Lebensjahren und ich dort permanent mit Musik in Berührung gekommen bin, die ganz direkt war. Also die nicht vom Konzertsaal ausging, sondern sich überall abspielte. Wie kam das, dass deine Familie nach Indien gezogen ist? Hatte dein Vater da als Diplomat? Genau, mein Vater hat dort gelehrt, Theologie, an der Universität in Ranchi, des Nordosten von Indien. Und deshalb haben wir dort dann unsere Zeit verbracht und dann war ich sozusagen konfrontiert mit dieser Weise des Musikmachens, die ja ganz anders ist als die europäische Weise des Musikmachens. Insofern musste ich die europäische Weise dann erst lernen, als ich zurückkam. Also in Indien hat man ja Musik gemacht aus einer bestimmten Horizontalität. Das heißt, die Rhythmik bietet so ein Bett, in dem alles eingelagert ist und dann kann sich das unendlich ausbreiten aus dem Beat. Beat heißt dann dieses Wiederholen in der Differenz, dass das permanent sich verkörpert. Aus einer körperlichen Erfahrung heraus schießen die Ereignisse, kann man sagen. Und als ich nach Europa kam, war das umgekehrt. Dann wurde ein Notenblatt aufs Klavier gelegt, was wir zu Hause hatten und dann hatte ich Klavierunterricht. Und dann wurde alles Ereignis aus dem Notenblatt abgelesen. Und es versteht sich von selbst, dass das, was man ja unter Kultur versteht, also wenn man in eine Kultur reingeboren wird, dann naturalisiert sich das ja. Also man denkt, das sei immer so, Weihnachten ist am 24. Und wenn man dann feststellt, man kommt in ein anderes Land und wir haben Weihnachten am anderen Tag, dann ist man erst mal schockiert. Und für mich war das aber sowieso schon dann klar mit sechs, aha, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Musik in der Welt. Und das hat mich eigentlich in meinem ganzen Leben sehr geprägt. Ich kann mir vorstellen, was das für ein Kultur-Schock ist für einen Fünf- oder Sechsjährigen oder so, wenn er plötzlich mit völlig anderen Formen von Musik, von Musikrezeption und Musikproduktion dann letztlich auch konfrontiert ist. Ja, es ist einerseits Schock, es ist andererseits auch ein unglaublicher Vorteil. Das habe ich aber viel, viel später erst verstanden natürlich. Aber wenn ich dann Bach gespielt habe am Klavier, dann habe ich immer versucht, die Verbindung zu meinem Körper herzustellen, also es umgekehrt zu lesen. Das ist ja genau der Punkt, dass du anfängst, es zu sehen aus seiner Produziertheit heraus. Das ist genau der Unterschied. Wenn du auf das Notenblatt schaust und dann sagst du, okay, das ist von Bach, aber du denkst ja gar nicht darüber nach, wie er es gemacht hat, weil es schon da ist. Und durch die andere Erfahrung konnte ich jetzt immer diese Gemachtheit reininterpretieren und auch die Kontingenz. Weil man weiß ja von Bach, dass wenn er das gespielt hat, konnte er das in unterschiedlichsten Optionen spielen. Und das war für mich ja ganz normal, dass ich, ich habe dann das gesehen. Und jeder Takt hat für mich 50 andere Optionen noch gehabt, automatisch von dieser indischen Weise her den Takt zu sehen. Und es war also einerseits Schock, aber andererseits auch Vorteil. Also man lernt dann eben in relativ jungen Jahren, dass es quasi nicht nur eine Herangehensweise an die Musik gibt und nicht nur eine Tradition, denke ich. Du hast also mit Klavierspiel zunächst angefangen und klassisch eben mit Bach. Wann hast du denn den Jazz für dich entdeckt und kam da gleich das Vibraphon auch ins Spiel? Also ich muss erst mal anführen, wenn wir hier von Jazz sprechen, weil wir ja dann ein Genre bezeichnen. Und ich selbst bezeichne mich nicht als Jazzmusiker. Ich weiß aber, dass ich dann als solches auch gern bezeichnet werde. Ich persönlich lehne Genres ab, weil Genres verbunden sind heutzutage mit Identität und Diskriminierung und Naturalisierung von Diskursen. Das interessiert mich nicht. Ich mache Musik wegen den Verfahren. Mich interessieren die Verfahren. Das heißt, wenn wir jetzt sprechen, dann sage ich, es gibt unterschiedliche Verfahren in der Musik, wie ich vorhin schon ein bisschen beschrieben habe. Und die sind für mich relevant. Insofern, als ich Kind war in Darmstadt und aufwuchs, dann bin ich in der Georg-Büchner-Schule, habe ich mein Abitur gemacht. Und in der Georg-Büchner-Schule, da waren natürlich immer auch die Aufführungen und Proben in den Klassensälen der Darmstädter Ferienkurse. Was damals Darmstädter Ferienkurse für neue Musik hieß und heute Ferienkurse heißt. Also da hat es ja auch schon eine Genreänderung gegeben. Die nennen sich auch nicht mehr neue Musik. Das leuchtet mir sehr ein. Wenn ich dann in meinem Klassensaal war und das alles so mir angeschaut habe, dann fand ich das wahnsinnig interessant und habe das zur Kenntnis genommen. Aber es hat mir was gefehlt, nämlich die Körperlichkeit, die ich ja gewohnt war aus der Kindheit. Das war mir aber natürlich gar nicht bewusst. Das kann ich ja nur heute sagen, weil ich es heute überschauen kann. Damals war das einfach nur so ein Impuls. Ich habe gesagt, die spielen ja wahnsinnig gut, aber da stimmt irgendwas nicht für mich. Also einerseits war es eine Körperlichkeit, die mir gefehlt hat. Also die Körperlichkeit in Verbindung zu dem Ereignis. Das war das eine. Und das andere war diese Hierarchie. Die fand ich irgendwie nicht für mich relevant. Dass es ein Autorensubjekt gibt und dann spielen die anderen das, was das Autorensubjekt sagt. Sondern das für mich war einfach, und das war so ein bisschen der aufklärerische Gedanke, den man eben da in der Nachkriegszeit so hatte, in den 70er Jahren, dass es darum geht, wie die Gesellschaft lernt, demokratisch zu sein. Das war ja doch der Punkt. Und demokratisch hieß damals auf jeden Fall im Anschluss an Kant, dass die reflexive Urteilskraft die Hauptrolle spielt. Es gibt ja zwei Urteilskräfte sozusagen. Die eine ist die Bestimmende, die wendet Regeln an. Das habe ich dann also in den neuen Musik-Fan-Kursen da sehr gut sehen können. Und die andere ist die reflexive Urteilskraft, die immer fragt, warum. Also sie fragt immer, welche Struktur, wie kommt überhaupt ein Begriff zustande? Oder in der Musik, wie kommt eine Note zustande? Und diese Verhandlungen, die führten dort nur die KomponistInnen auf. Die MusikerInnen eigentlich nicht. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es doch eine Musik, wo das gemischt wird. Wo man dann sagt, okay, die AutorInnen sind auch die Ausführenden. Und dann stieß ich nach und nach eben auf das, was man damals eben Jazz nannte. Aber es war wirklich nur das, was mich interessiert hat, war das Verfahren. Dass da Menschen zusammen gespielt haben und ganz strukturell nach bestimmten Richtlinien und Verfahren Dinge verschaltet haben. Und zwar sehr reziprok und mit einer Wahnsinns-Power. Das fand ich gut. Also es gab ja wirklich auch diese Tendenz in der neuen Musik, den Interpreten eigentlich einen Wortsinne abzuschaffen. Und sozusagen etwas zu finden, was diesen hoch ausdifferenzierten Notentext maximal präzise und neutral wiedergibt. Genau. Und der Ausbund dann war ja dann eigentlich die New Complexity. Ich fand es total interessant, dass diese New Complexity eigentlich forciert hat, diese Auseinandersetzung. Und das ist so das eine. Und das andere, was du angesprochen hast, es gab ja auch eine Bewegung in 50er, 60er Jahren, auch befördert damals von Haubenstock Ramati. Der war ja bei dem Universal Edition dann zuständig für das Aussehen der Musik. Das war ja eine völlig neue Geschichte. Wenn man sagt, die zweite Wiener Schule, Webern und Berg, Schönberg haben sozusagen mal die ganze Hierarchie der Tonwelt aufgeschraubt. Aber ich würde sagen, 50er, 60er Jahren, dieses Serialismus, von dem du ja sprichst, wo der Ingrid so ein bisschen abgeschafft wurde, der war natürlich wahnsinnig gut, weil der dann diese Dimensionen erweitert hat, dieses parametrischen Komponierens. Und gab gleichzeitig aber auch diese Frage, kann die Medialität der Musik noch die gleiche bleiben? Und dann gab es eben dann die Notationen, die beispielsweise aus Polen kamen, von Lutoslawski oder Penderecki, die dann völlig andere Formen hatten des Notierens, in denen die Zeitläufte anders strukturiert waren. Und dann wurden ja eigentlich den InterpretInnen wieder neue Spielräume aufgemacht. Und bei Cage gab es das natürlich auch. Und bei Earl Brown, das war die New Yorker Schule, hatte wieder eine andere Form, das zu machen. Es gibt unterschiedliche Formen. Interessant ist, dass ja Darmstadt 1972 starb, genau zu dem Zeitpunkt, als in Pritt Ego die erste Sprengung der Sozialbauten stattfand und die postmoderne Einzug erhielt. Und man sagt, das hatte alles gar keinen Sinn. Und jetzt kamen dann ja damals Bose und Riem und so weiter mit der Begreifbarkeit der Musik, die sozusagen heute eben dann auch erlaubt, dass sozusagen öffentlich-rechtliche Sendeanstalten sich mit Stolz an die Fahnen heften dürfen, dass sie den Schlagerhof fähig gemacht haben, Land ein, Land aus. Das ist sozusagen eine Entwicklung, die da so stattgefunden hat. Insofern hat diese kritische Debatte dort aufgehört und eben auch die Auseinandersetzung über die, wie soll das aussehen. Und im Prinzip kann man dann sagen, dass das für mich 1972 genau mein Punkt ist, an dem ich wieder eingesetzt habe in meiner Arbeit und immer dort bin. Also an was ist an Unabgegoltenem dort verloren gegangen? Einerseits von dem, was du beschrieben hast, von der maximalen Serialität und andererseits von der Neubefragung der Medialität der Musik. Und das ist die Arbeit, die ich mache. Die kann man leider gar nicht unter Jazz fassen. Und insofern bin ich da vollkommen unabhängig, sondern ich mache einfach, ich habe an diesem Verfahren. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass selbst Vertreter einer Musik, die als maximal präzise determiniert gilt, und ich spreche jetzt vor allen Dingen von Karl-Heinz Stockhausen, dass selbst die durchaus flexibel waren, was die Interpretation ihrer Werke anging. Also ich habe da ein interessantes Erlebnis gehabt bei einer Probe mit Stockhausen. Da wurde das Stück Kontakte in der Volkwangenhochschule aufgeführt, wo ich damals studiert habe. Die Interpreten haben sich Freiheiten genommen, bestimmte Details anders zu machen. Und Stockhausen war bei der Probe dabei und meinte, aha, Sie spielen ja hier gar nicht den Gong, wie ich das eigentlich notiert hatte. Und der Pianist sagte, nein, also ich hatte mir überlegt, vielleicht könnte ich das doch hier auf diesem Percussion-Instrument darstellen. Er meinte, ja, dann machen Sie doch mal vor, wie würde das denn klingen? Und dann hat er es ihm gezeigt. Er meinte, ach, das ist auch hübsch. Also wenn Sie das so spielen möchten, dann können Sie das an der Stelle gerne so machen. Und da ging natürlich ein Raunen durch den Saal, denn es gab eben dieses Bild, was der Meister notiert hat. Das ist sozusagen Ex-Kathedra. Da darf nicht dran gerüttelt werden. Das ist nach komplexen, durchrationalisierten Verfahren genau bestimmt. Und kein Interpret hat das Recht, da irgendwas anders zu machen, weil er eben sonst in die Struktur des Stücks eingreift. Und das war in der Praxis, zumindest jetzt im Fall von Stockhausen, durchaus flexibler. Jetzt sind wir genau in Medias Res. Wunderbar. Ich weiß, das werden wir gar nicht in einer Stunde schaffen. Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt ein großes Fass lang. Weil das ist herrlich. Ja, aber das ist ja gut. Natürlich ist Kontakte ja ein spezielles Stück, was ja in sich schon so nicht repräsentational ist durch bestimmte Einsatz beispielsweise des Gongs. Der sich ja wieder einer bestimmten Notation auch widersetzt oder einer bestimmten Abgeschlossenheit widersetzt und so weiter und so weiter. Wir müssen für die Zuhörerinnen vielleicht mal kurz klar machen, also Kontakte ist ein ziemlich wichtiges Stück im Schaffen von Stockhausen, weil es das Klavier mit dem Schlagzeug und auch mit der Elektronik verbindet. Exakt, genau. Und das heißt natürlich auch die ganze Mikrofonierung. Und das hat ja Stockhausen unglaublich gut verstanden, dass die Aufnahme auch ein Medium ist, kein neutraler Container. Also Stockhausen hat wirklich diese ganzen medialen Fragestellungen ausgearbeitet. und deswegen bin ich da auch gar kein Ideologe, indem ich sage, okay, Ex-Cathredra und so, und ja, ich verstehe. Aber für mich war das eben genau aus meiner Kindheit heraus nie Ex-Cathredra, sondern spannend wie ein Krimi. Ich fand Stockhausen immer super. Und als ich 96 dann die Gelegenheit hatte, als ich Stipendiat war an Ferienkursen, bei ihm zu hören in einer Meisterklasse, also das gehört für mich wirklich zu den Erweckungserlebnissen. Also das war so gut. Und er hat natürlich das total unter Kontrolle gehabt. Und dann, wenn bestimmte, sagen wir mal, exemplarische Teile von Licht dann auf der Bühne aufgeführt wurden, dann hat er das auch genau auf der Tafel ablesen können. Also wirklich, das war sehr, sehr gut. Aber für mich ist eben so, dass Stockhausen eine bestimmte Epoche ist, die es maximal herausgeholt hat, aus einer bestimmten Perspektive, die eben für mich die sogenannte repräsentationale Perspektive ist. Und mich interessiert das Nichtrepräsentationale und das Postrepräsentationale. Das kann man darunter verstehen. Ja, das wird ja manchmal gesagt, wenn Menschen auf der Bühne spielen, MusikerInnen, und dort gibt es keine Noten, dass die sozusagen sich von den Noten befreit hätten oder gar nichts mit Noten zu tun haben sollten. Und dann gibt es halt die bestimmten ideologischen Vorurteile. Und dann sind wir wieder bei der Naturalisierung der Diskursen und bei den identitären Geschichten. Und das stellt den Weg zu. Das interessiert mich nicht. Ich sage, ich bin jemand, der die Notation überwindet. Das ist mein Punkt. Und deswegen setze ich mich mit Stöcker auseinander, mit Boulies auseinander, mit Brian Ferniger auseinander, mit all dem, was es an Notation, an herausragendem gibt, um dann mit der Notation so zu arbeiten, dass ich sie transzendiere. Und das ist für mich die Zukunftsaufgabe. Überhaupt nicht zu sagen, ach nein, ich brauche keine Notation oder ich will Gegennotation sein und so weiter. Diese ganzen Grabenkämpfe, die es eben gab, interessiere mich nicht. Und deswegen bin ich auch gar keine, also beispielsweise kein Verfechter der grafischen Notation als Prinzip. Überhaupt nicht. Aber mich interessiert natürlich bestimmte grafische Notationen, beispielsweise habe ich lange in einer Sacha-Stiftung in Basel untersucht, wo ich Prescore-Material habe, weil das Prescore-Material beispielsweise ist sehr wichtig zu lesen. Wenn man beispielsweise Boulets, Auberie und so weiter, dann im Endeffekt als Prozess wirklich verstehen will in ihrer Produziertheit, was ich damals, was ich vorhin so gesagt habe mit Bach und so, was ich hier reingesehen habe, das habe ich ja dann einfach mir erschlossen bei den Serialisten aus ihren, was man als Mikrofilmer sehen kann. Alles, was die vorher an Strukturen aufgebaut haben. Was für mich, wenn ich übe, ich auch mache den ganzen Tag. Mache ich genau diese Tabellen. Die schreibe ich nur halt in meinen Körper rein. oder mache mir halt auch bestimmte Notationen dann auf Papier und so. Aber für mich ist wichtig eben, dass diese Papier immer mit dem Körper verbunden ist. Das ist eben, was bei Boulets und Stockhaus eben nicht stattfindet. Das ist ja ganz klar. Und das ist sozusagen das, was ich meine mit dem Weiterschreiben dieses Notationalen. Und das sind eben diese Sachen, die für mich eine Rolle spielen. Und deswegen könnten wir über die Kontakte sprechen. Aber das ist genau dieses, was ich super finde, dass du das jetzt angerissen hast, weil diese Recherchearbeit, diese Recherche longue durée, das ist mein, auch das, was ich möchte als Werk. Eine unendliche Recherche. Und das ist natürlich für Stockhausen auch so gewesen. Er hat immer gleich Notizen gemacht. Manchmal hat er das dann auch wieder umgeschrieben. Manchmal eben hat er es nur dann in wieder was Neues eingebaut. Weil er permanent eben an dieser Forschung auch war. Also für mich war das eben insofern ein Aha-Erlebnis, weil Stockhausen natürlich vor allen Dingen von konservativen Interpretinnen und Interpreten irgendwie so als eine Hassfigur gesehen wird. So nach dem Motto, da ist im 20. Jahrhundert gab es dann so einen deutschen Komponisten, der hat alles Sinnliche und alles Melodische zerstört. Und alles ging nur noch um Ratio und um irgendwelche Konstrukte, die da am Reißbrett entworfen wurden, auf Millimeterpapier sozusagen. Und in Wirklichkeit saß dann da ein rheinländisch geprägter Musiker mit längeren Haaren in weißer Hose und mit rotem Pullover, der durchaus sinnliche Freude am Klang hatte, den die Musiker da präsentiert haben. Und das hatte gar nichts mit diesem Schreckgespenst aus dem Konstruktionslabor des modernen Komponierens zu tun. Da ging es ganz viel auch um Lebendigkeit, um Musizieren. Und das war wirklich ein wichtiges Ergebnis. Ja, also er selber war eben aufregend. Ja. Er selber war eine Verkörperung, die ich heute vermisse. Der war richtig on. Und der hat halt selber eine Ideologie vertreten. Und das finde ich total wichtig. Ich finde es sozusagen, wenn man eben sagt, ja, das klingt schön oder das klingt schlecht. Diese heute, diese Naturalisierung eben. Ich meine heute, ah, das ist halt schön oder das ist gut oder das ist, hat ja Hannah Are in ihrem letzten Seminar geschrieben, also Ästhetik und Politik gehören zusammen. Weil beides darum geht, wie wir verhandeln darüber, was für uns als Welt erscheinen soll. Das ist ja, was heute bei Instagram einfach eben genau nicht mehr vorkommt. Aber was für mich das Relevante ist, und das ist für mich das Relevante bei Dein Stockhausen, eben seine Weise des Interpretierens von Welt oder Fenster zu schaffen, der Sichten auf Welt. Das ist wahnsinnig, genau wie du es beschrieben hast. So aufregend. So eine Power hat es unglaublich gut. Nur eben, das war halt. Und für mich geht es halt jetzt darum, die nächsten Schritte zu machen und immer weiter zu befragen, was kann man aus Stockhausen weiterschreiben. Deswegen, wenn wir beispielsweise jetzt mit dem Trio Dell Lillinge-Westergaard, das ist ein Komponisten-Trio oder man kann auch sagen ein Composer-Performer-Trio, weil wir auch Interpreten sind. Da machen diese ewig langen Verhandlungsarien jeden Tag sozusagen bestimmte Strukturen zusammenproben und, 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 und. Dann beziehen wir uns natürlich genau auch auf diese, genau wie du es beschrieben hast, dieses maximale Ausloten von. Nur, dass wir es eben jetzt körperlich machen, auch als Interpreten und weiterschreiben. Deswegen nennen wir das dann neue, neue Musik. Aber auch diese neue, neue Musik ist nur ideologisch gemeint. nicht als eine vereinfachte identitäre Form, in der sozusagen alle Strukturen nur noch zum Bild wird. Ja, so, jetzt sind wir schon tief eingestiegen eigentlich in die Diskussion über neue Musik und Aspekte von Determiniertheit und Offenheit. Aber mir ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, wie ist der junge Christoph Adel von Bachs Präludien und Fugen zur Improvisation gekommen und zum Vibraphon? Jetzt, wenn es um diese instrumentenspezifische Sache war so, dass ich eben angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. So mit zehn, würde ich sagen. Und habe eben dann auch klassisches Schlagzeug gemacht. Und dann habe ich im Orchester gespielt. Wir hatten einen tollen Pauker damals im Orchester in Darmstadt, also im A-Orchester Berthold Anhalt. Und da standen diese Stabspiele und da sagt er, probier doch mal. Und dann sagt er, ja, mhm. Und dann habe ich es ausprobiert. Dann war das für mich genau die Kombination, mag jetzt simpel klingen, aber so war es, die Kombination von Klavier, also diese Durchsicht, diese Transzendenz und die Power vom Schlagzeug in der Verbindung. Und dann fand ich eben toll bei Pierre Boulez, dass das so oft vorkam, das Vibraphon. Und da dachte ich, das hat auch so eine Zeitgenossenschaft im Sound, weil es so neutral ist. Und das Vibraphon da, das ein sehr junges Instrument ist, war dann für mich auch unglaublich gut, weil damit kann ich ja wirklich die Zukunft schreiben. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach in Darmstadt irgendwo einen Vibraphonlehrer zu finden, oder? Gab es sowas seinerzeit an der Musikschule? Oder musstest du dann 100 Kilometer fahren irgendwie nach Frankfurt oder so? Das war richtig, da hast du total recht. Es war einfach so, ich habe mir das dann selber beigebracht, das Vibraphon. Ja, also ich habe dann halt so grundlegende Sachen dann eben dann von Berthold Anhalt, was aus der Stabspielabteilung dann des klassischen Schlagwerks kommt, diese Technik, habe ich dann da gelernt. Aber dann durch diese, durch John Coltrane bin ich natürlich bald auf Milt Jackson gestoßen und bald auf Gary Burton gestoßen und habe das eben mir rausgehört. Und da ich eben aus Indien kam, war für mich ganz normal, dass ich raushöre. Und dieses Raushören, dieses Transkribieren des musikalischen Raums ist eine extreme Geschichte, die ich auch erst viel später verstanden habe, was das epistemologisch, also im Sinne von Wissen bedeutet. Denn wenn wir heute sehen, was die Musikwissenschaft beispielsweise verfassen kann über Musik, die aufgeschrieben ist und was sie aber nicht in der Lage ist zu verfassen über Musik, die nicht aufgeschrieben ist, das ist krass. Weil im Prinzip müssten ja die MusikwissenschaftlerInnen genauso transkribieren wie auch die MusikerInnen, die eben dann von Gary Burton, John Coltrane, Miles Davis, Herbie Hancock, Thelonious Monk und so weiter inspiriert sind. Und das gibt es ja nicht. Das ist in Europa ein krasser Überhang, der nie thematisiert wird, aber eigentlich thematisiert werden müsste, weil erst wenn das geschieht, sozusagen der nächste Schritt in dem Wissen, in dem Verständnis dieser Musik entstehen kann, um überhaupt dieses ganze Genre zu überwinden, dieses Genredenken. Das ist wirklich wichtig, weil beispielsweise, ich will nur ein Beispiel nennen, Bruno Moderna. Wichtiger italienischer Komponist und Dirigent. Richtig, der in Darmstadt gelebt hat. Also einer meiner überhaupt totalen Heroes, wenn ich das so lax sagen darf. Der auch beispielsweise in den Darmstadt-Fan-Kursen, die kann man auch jetzt immer noch bei den Tonbändern da hören. Immer wenn Earl Brown gespielt wurde, beispielsweise dieses Grafische, dann war das ja eigentlich und ist bis heute noch so meistens sehr schlecht gespielt, weil da so viel vorausgesetzt wird an Produktion des musikalischen Raums, was sonst nie trainiert, dass das kaum funktionieren kann. Es gibt sehr gute Aufnahmen und die sind dann immer von Bruno Moderna dirigiert. Der Bruno Moderna, den hat man damals ja dafür verachtet, dass er eben auch Dirigent war. Sozusagen als Musikanten. Und da war natürlich auch, eigentlich haben Boles und Stockhaus ein bisschen auf ihn runtergeschaut. Heute weiß man, das war nicht zurecht. Und heute wird das sozusagen entdeckt. Und jetzt um aufs Beispiel zu kommen, gibt es die Frau Benediktis, der Benediktis in der Sacherstiftung in Basel und die hat in der letzten Zeit angefangen Tonaufnahmen zu prüfen von bestimmten Aufnahmen von moderner Stücken, um herauszufinden, dass, wenn sie das dann transkribiert, bestimmte Stücke wiederkommen. Und sie nennt das das kaleidoskopische musikalische Denken. Ja, genau. Interessanter Begriff. Das sind immer die Materialbestimmung und dann die permanente Neuversammlung des Materials. Das ist doch genau das, um was es geht. Und daran schließe ich dann mit moderner an. Und deswegen transkribiere ich mich auch selbst. Beispielsweise, ich arbeite überhaupt nicht ohne Notation. Natürlich ist es für das Publikum sehr schwer zu verstehen, wenn sie mich auf der Bühne sehen. Und es kommt oft vor, dass die Menschen dann sagen, nach so einer Stunde Solo beispielsweise, wie haben sie das alles auswendig gelernt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die rührt direkt an den Transzendental-Idealismus. Bestimmt. Weil dann die Frage steht, sind wir alles nur Baron Münchhausens? Wie machen wir das eigentlich, dass wir existieren mit Vernunft? Und das politisch gesehen bedeutet das ja auch, dass wir uns darüber irgendwie klar werden müssen, wie wir sozusagen den gesellschaftlichen Raum gemeinsam produzieren. Und das ist in den letzten Jahren, 40 Jahren so rückschrittlich gewesen, in der Musik, aber auch in der Gesellschaft, dass wir dieses Jahr ein Wahljahr haben, vor dem wir alle, gelinde gesagt, uns fürchten. Ja. Ja, du hattest das vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Da ging es um den sozialen Aspekt, inwieweit die neue Musik sozusagen auch soziale Kontexte mitdenkt. Also es ist ja ein Riesenproblem, dass neue Musik mittlerweile, oder es war ja auch schon damals, sehr elitär. Also es waren kleine Zirkel, in denen sich viele Sachen abgespielt haben. So manche neue Musikkonzerte, auch in den 80er und 90er Jahren, bestanden eigentlich fast ausschließlich aus den Ausführenden des Abends, auch im Publikum. Ja, also da gab es auch wenig Interesse daran, sozusagen in die Gesellschaft hineinzuwirken und diese neuen Ideen einer neuen Musik gesellschaftlich zu kommunizieren. Dieses Elitäre ist für mich ganz wichtig gewesen als Kind. Also in Darmstadt, wir hatten einen Oberbürgermeister, Sabé, der hat selber Gedichte geschrieben. Der hat auf der Rosenhöhe Pavillons bauen lassen, wo dann Karl Krohlo, Gabriele Wohmann, Hans-Ulrich Engelmann, also alle Denkenden, leben sollten. Das heißt, wenn dann bei den Ferienkursen nur zwölf Leute im Publikum saßen, wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, da müssen jetzt mehr Leute kommen. Sondern einfach nur wurde gesagt, bravo, Experimente. Und das ist für mich leitend bis heute. Das hat für mich überhaupt nichts mit Elitär zu tun. Also der Begriff Elitär ist vollkommen falsch heutzutage, weil der sozusagen suggeriert, dass man die Menschen abholen müsste, wo sie seien und das als Dienstleistung verkauft, was eigentlich ein krasser Paternalismus ist, weil man nämlich dann insinuiert, man wüsste schon, wo die Leute seien. Die Menschen sind daran heute so gewöhnt, dass sie sich schon wünschen, dass sie Leute haben, die für sie wissen, wo sie sind. Und in meiner Kindheit war es so, dass das genau zu vermeiden war, weil man wusste, das ist Protofaschismus. Und man wollte in der Welt zeigen, dass man nicht rückständig ist, dass man in der Lage ist, das Besondere zu schützen, wie man von Hannah Arendt weiß, das ist die Grundlage der Demokratie. Und dass man dann, und das war ja damals in den 70er Jahren auf jeden Fall so, dass man sagte, in 20, 30, 40 Jahren werden alle nur noch experimentelle Musik machen. Es war ja überhaupt nicht so, dass dieses Elitär gemeint war für sich, sondern es war ja so, wir werden das jetzt so weit die Bildung treiben, dass alle im zweiten Bildungsweg noch Architekten werden können, wenn sie Lust haben und so weiter. Also das sogenannte utropische Gedanke, dass die Gesellschaft besser wird. Heute ist eigentlich in dem Neoliberalen, also seit dem 80, 70, 78, die Thatcher dann sagt, es gibt gar keine Gesellschaft und es gibt keine Alternative. Die kleinen, jungen Menschen heute nur denken, es gibt ja gar nichts anderes als Kapitalismus und dann denken, wir müssen die Leute Menschen abholen und dann haben wir den ganzen Salat mit der AfD. Das ist genau das falsche elitäre Denken. Man muss umgekehrt denken. Luxus für alle. Und das ist, was ich mache. Wenn die Menschen manchmal sagen, bei mir auf dem Konzert, Mensch, warum spielen sie so abstrakt? Sie verachten die Menschen. Dann sage ich, genau nicht. Ich achte die Menschen genau, weil ich sie nämlich ernst nehme, weil ich immer davon ausgehe, dass die in der Lage sind, das mit zu verfolgen, wenn die Rahmung stimmt. Wenn sie also sozusagen in einer Rahmung antreten, in der sie selber auch als Menschen geschätzt werden, die über Urteilskraft verfügen. Punkt eins. Punkt zwei. Sie haben das Maximum verdient, die Menschen. Nicht das Minimum. Das heißt also auch das Maximum von dem, was ich sozusagen mir erarbeitet habe. Es gibt da eine ganz interessante Parallele dazu in der Architektur. Es gibt zum Beispiel das Büro Lacaton Vassal aus Paris. Die bauen halt die ganze Zeit Sozialwohnungen so um, dass das sozusagen richtig gute Lofts werden. Und die sagen, Luxus für alle. Das heißt, wir müssen wegkommen, beispielsweise in den Sozialwohnen, von diesem Existenzminimum zum Existenzmaximum. Und das muss für alle gelten. Und im Moment ist das Gegenteil der Fall, wenn junge Studierende hier 1.000 Euro für eine kleine 20-Euro-Butze und deswegen kommen die nie zum Nachdenken. Das heißt, immer wenn die dann nachdenken müssten an der Uni, um genau das zu machen, um was es geht, sind die eigentlich damit beschäftigt, irgendwo zu arbeiten, damit die überhaupt existieren können. Und das ist eine krasse Fehlentwicklung. Da kann auch kein Instagram uns helfen. Man wird eigentlich dann so in der Tretmühle gehalten, dass man gar nicht über die problematischen aktuellen Zustände reflektieren kann. Im Gegenteil, man wird so Ressentiment geladen, dass immer dann, wenn was Interessantes entsteht, man das anfängt abzulehnen. Und das ist genau was zu beschrieben, dass die Leute dann elitär und das finden zurück. Nein, eben genau nicht. Ist doch toll, wenn nur Leute, zwölf Leute da sind und es sind nur zwölf im Publikum. Das ist eine tolle Sache, weil das ist heutzutage ein politischer Akt. Und zwar dann, wenn die Inhalte sich genau mit diesen Veränderungen des Zusammenlebens, des Verfahrens, des Wohnens auseinandersetzen. Und dann sind es halt eben nur zwölf. Aber es wird gemacht. Weil das ist ja das Ermächtigende daran. Sonst kommen wir die Risse, ach, es sind ja nur zwölf Leute da, ich kann mich nicht sagen. Das System, morgen spiele ich wieder unglaublichen Blödsinn auf der Bühne. Und die Menschen wollen ja den Blödsinn. Und dann machen wir halt den Blödsinn. Dieser Zynismus, der ja auch in der öffentlichen, rechtlichen jetzt mit Zwangsabgabe gemacht wird. Weil man, als man die Privatfernsehen zugelassen hat in den 80er Jahren, ja sozusagen die Quote statt das Denken als, es wurde ausgerufen in den 80er Jahren, eine Olympiade des Stabtiefsprungs. Und da sind wir jetzt wirklich am Maximum angelangt. Da sind wir tatsächlich am Maximum. Am Inhalt, am Minimum. Und das meine ich jetzt ganz entspannt. Also es ist nur, wenn ich halt gefragt werde. Ansonsten, ich mache halt einfach meine Sachen. Und alle Menschen, die das interessiert, freue ich mich, wenn es dich interessiert. Und ansonsten hüte ich mich davor, in irgendwelche Behauptungen zu kommen oder hüte mich davor, in irgendwelche Kleinkarrierteiten zu kommen, die einfach nur den Raum zumachen. Wo das Denken klein wird, wo die Verhältnisse klein werden, wo alles klein wird, wo man nicht mehr atmen kann. Das möchte ich vermeiden. Jetzt haben wir einen Aspekt noch gar nicht angesprochen. Der wäre aber, denke ich, doch noch wichtig, weil er nochmal eine andere Seite von dir zeigt. Also vielleicht gar nicht unbedingt eine andere Seite, ideologisch gesehen oder theoretisch gesehen, sondern deine Ideen auf ein anderes Feld transportiert. Nämlich nicht auf die Musik, sondern auf den Städtebau. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, versucht also Strukturen der Improvisation auf die Städteplanung zu projizieren. Im Sinne einer postmodernen Städteplanung. Ist das richtig? Also da ist jetzt leider alles falsch. Alles falsch, okay. Aber da ist es das erste Mal, dass ich das sage und deswegen ist es auch nicht so schlimm. Gut. Lass mich gerne korrigieren von dir. Ja, mache ich. Postmodern ist wahrscheinlich schon falsch. Richtig, geht schon los. Genau. Also in den 1990er Jahren war die postmoderne Architektur mit ihrem Latein des puren Formalismus an ihr Ende gelangt. Eins der wichtigsten Bücher, die da erschienen zu dieser Zeit, war das Buch Zwischenstadt von Thomas Sieverts, was er in Berlin schrieb im Wissenschaftskolleg. Und dort wurde erst mal aufgedeckt, was tatsächlich städtebaulich entstanden war über die letzten 50 Jahre. Nämlich ein großes Europa, eine riesige Agglomeration von Zersiedelung, wo Kernstädte umrangt werden von Gewerbegebieten, Tankstellen, Shoppingmalls, grüne Wiese, plötzlich ein Autobahnkreuz. Also eine riesengemenge Lage, die mit dem Bild der Stadt, was die Postmoderne vor sich hertrug, nämlich die europäische Kernstadt, überhaupt nicht existiert und dass wir einfach auch gar nicht die Mittel haben, um diese Stadt, wie sie heute ist, zu lesen. Das war eigentlich der Punkt. Und das war eine sensationell wichtige Erkenntnis, die auch gesagt hat, und du hattest vorhin die Unbestimmtheit angesprochen. Eine der Kernthesen war von Thomas Sieberts, wir müssen in Zukunft, um wieder den Griff auf die Städte zu bekommen, anfangen, die Unbestimmtheit lesbar zu machen, statt sie zu überplanen. Die Moderne hat ja sozusagen die Unbestimmtheit überplant. Das ist ja Corbusier und so weiter. Da weiß man ja, der neutrale Container, da wird was reingeplant. Dann die Postmoderne hat das aufgegeben und hat dann eigentlich sich gesagt, ja, also sozialer Wohnungsbau, das würde gar nicht mehr klappen. Prid Ego wurde gesprengt. Und das ist ja auch bei dem Buch Postmodernism von Charles Yank das erste Bild, das Foto von diesem zusammenstürzenden Sozialbau. Und der Charles Yank dann gesagt hat, das ist gescheitert, der Massenwohnungsbau. Und so, wir machen Formen. Wir machen Formen, die schön sind. Und der Tom Sieverts, der hat in Darmstadt gelehrt. Und ich habe, als ich aus den USA zurückkam und ich hatte ja dann bei Gary Burton, da war ich ja Meisterschüler und habe da im Schillinger-System ja gelernt in Boston und so weiter. Das war für mich eben sehr klar, habe ich ja vorhin gesagt, also für mich dann der Traum. Ich habe meinen Traum einfach verwirklicht und es ist ja die teuerste Schule, die es gibt. Und da hatte ich halt ein Stipendium bekommen. Den berühmtesten amerikanischen Vibraphonisten. Ja, und habe also alles absolviert und hatte Bundesjugend Jazzerkester mit Herbolzheim oder was weiß ich. Also komplette Programme gemacht und kam dann nach Darmstadt zurück, habe dann an der Akademie für Tonkunst gelehrt. Und die interessanten Diskurse waren damals aber dann nicht an den Ferienkursen für neue Musik, außer als Stockhausen mal da war, sondern in der Architekturfakultät. Das heißt, dort habe ich echt die meiste Zeit, wenn ich nicht auf Tour war, verbracht. Und habe viele junge Menschen kennengelernt, die studiert haben. Ich habe Max Bechers gehört, ich habe Benisch gehört und so weiter. Und viele Gastvortragende. Das war sehr, sehr interessant. Dann, zweite Hälfte 90er, bin ich nach Köln gezogen und auch andere DarmstädterInnen auch und die haben ein Büro aufgemacht. B und K Plus hießen die. Brandlhuber und Knies. Und die haben genau diese Idee von Tom Sieverts, bei dem die ja studiert hatten, weitergedacht, um das in ihre Büro reinzuschrauben. Und dann haben die festgestellt, es gibt ja gar keine Theorien dazu, die das können, weil die Theorien waren im Postmodern. Und dann, weil wir befreundet waren, haben wir uns über bestimmte Fragestellungen unterhalten, ganz prinzipiell. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch interessant. Das ist genau, was wir brauchen. Du schreibst jetzt was für uns. Ich kannte das alles, weil ich das viel gehört hatte. Aber ich habe mir das jetzt nicht zugetraut. Mach doch mal. Dann habe ich das gemacht. Oh ja, ist wunderbar. Wurde gleich ein Buch veröffentlicht und dann ist mehr kennengelernt. Dann habe ich das nächste für sie geschrieben. Und dann war ich mit ihnen auf Vorträgen und habe sozusagen diese Theorien vertreten. Und dann kam der Buchhandlung Walter König auf mich zu. Das war damals eben die Schnittstelle, die entscheidende Wissensschnittstelle in der Bildenden Kunst in der Bundesrepublik. Und die haben gesagt, wir sehen das, dann haben sie nicht mal ein Buch. Dann habe ich gesagt, hier habe ich, das muss sofort zur Documenta raus. Das war 2002. Dann haben die es organisiert, dass ich auf der Documenta eben Performance habe, um das vorzustellen. Das ist übrigens auch das einzige Buch, wo es ein Gurski-Cover gibt, was nicht um Gurski geht. Das einzige in der Welt. Das hieß Prinzip Improvisation. Das hatte mit Musik überhaupt nichts zu tun. Sondern ich habe wirklich das Verfahren nur prinzipiell auf die Fragestellung der Produktion des sozialen Raums sozusagen angewendet. Und das hat so eingeschlagen, dass ich von dort ab sozusagen in die Architektur, in Bildenden Kunst und so weiter, in den Diskurs so reingezogen wurde. Das war gar nicht meine Absicht. Und es war so stark, dass ich eben dann meine ganze Lehre habe ich an der Musikhochschule eingestellt, weil ich eben gesagt habe, an den Musikhochschulen in den Deutschen ist verfahrenstechnisch so rückständig, dass ich es ablehne, dort zu unterrichten, weil ich ja gar nicht das, was wir hier besprochen haben und weil ich denen noch mehr sehr dankbar bin, dass du sagst, okay, das interessiert dich und du möchtest darüber sprechen, das kann ich dann mit dir besprechen. An deutschen Hochschulen existiert das nicht. Das existiert nicht. Und deswegen habe ich dann aber dann das machen können. Meine ganze Lehre habe ich dann eine Städtebauung gemacht. Ich habe dann 2008 zusammen mit Bernd Knies, der von Brandlmann Knies, damals, als ich aufgelöst habe, dann haben wir dann den Städtebau-Studiengang an der HafenCity-Universität aufgemacht. Das ist der erste Studiengang gewesen, Städtebau, wo es gar nicht mehr entworfen wurde, sondern nur noch Recherche. Stichwort Transkription. Weil ich wusste das ja, wenn ich Coldtrain spiele, dann bin ich erst mal nur beschäftigt, statt was zu behaupten und gleich vor mich her zu spielen oder gleich was vor mich her zu komponieren. Ich muss erst mal den musikalischen Raum analysieren, was da ist. Und das Gleiche haben wir gemacht im Städtebau, wir haben gesagt, okay, bevor wir Lösungen behaupten, 20. Jahrhundert-Idee des Städtebaus und der Architektur, wir kommen, um eine Lösung, ein Problem zu lösen. Wir haben gesagt, nee, 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 wir müssen hinter das Problem zurückfragen. Wenn heute eine Ausschreibung ist. Das ist ja heute immer noch so. Die Städtplanungsämter, wenn die was ausschreiben für Liegenschaften und so weiter, haben heute immer noch Probleme hinter das Problem zurückzufragen. Sondern die einfach Schema F und dann selbst wenn und so weiter. Dann habe ich dann in München gelehrt, Städtebau beispielsweise wie Wolf rum und dann wieder in Hamburg und dann mit Jean-Philippe Vassal von dem Architekturbüro, mit dem ich aus Paris, der hat mich dann an die Universität der Künste hier in Berlin um die Ecke geholt. Da habe ich drei Jahre dort in seinem Studio Theorie gelernt. Um eben, und das ist jetzt der Grundlage, da geht es nur darum, den Raum als produziert zu begreifen und nicht als gegeben. Und das ändert alles, was wir in der Architektur, Städtebau seit der Renaissance wissen. Und das ist essentiell für die Zukunft und was zentral ist, die Bauwende. Das Bauen im Bestand ist die Zukunft. Wenn wir überhaupt die Wohnungsfrage lösen wollen. Und dann ist eben das Bestehende zu analysieren, die Hauptsache und es wird eine völlig neue Verschiebung geben, das wird die Wettbewerbsverfahren ändern und so weiter. Was dazu kommt, auch nur ein anderes Beispiel zu nennen, ist die Konzeptvergabe. Lange Zeit, das kennt ihr ja aus Berlin auch, hat man einfach Höchstvergabe gemacht. Und die war so niedrig in Berlin, dass man einfach die Superflächen verschenkt hat an alle möglichen Investoren. Und jetzt haben wir das Problem, dass alle nach Berlin wollen und keiner kann hin, aber irgendwelche Lofts stehen leer als Spekulationsobjekte. Das hat man einfach verschenkt. Jetzt weiß man, okay, man muss Konzeptvergabe machen. Aber wenn Konzeptvergabe gefragt ist, dann müssen völlig andere Richtlinien des Lesens, und da sind wir wieder am Anfang, des Lesens des Raums muss kommen. Und das heißt, es wird die Stadtplanungsämter komplett verändern. und die werden einfach anfangen zu sagen, wie soll denn ein Konzept aussehen? Was wollen wir überhaupt? Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? In einer Gesellschaft, die eben urban ist, die ist nicht mehr industriell. Urban heißt für mich Tauschwert und Gebrauchswert clashen total. Und unser Beitrag zur Gesellschaft ist nicht unsere Arbeit, sondern unsere Lebensform. Um es mal ein Beispiel zu machen. Beispiel Berlin. Die Lebensform, die entwickelt wurden in den 90er Jahren, hier als der Grund billig war, die haben ja den Grund teuer gemacht. Das heißt, die haben ja, das ist einfach nur ein Beispiel zu sagen, die haben den Grund wertig gemacht. Da man aber das nicht lesen konnte, hat man immer noch gedacht, das Eigentum ist aber das, was den Boden wertig macht. Das heißt, die Menschen, die dann daran profitiert haben, dass der Boden wertig wurde, waren nicht die, die den Boden wertig gemacht haben. Das ist ein Skandal, Sondergleichen, und dieser Skandal mit dem Klimawandel und so weiter und so weiter, also die Unbewohnbarkeit des Planeten, das ist alles, hängt damit zusammen, dass der Fortschritt, den wir hatten bisher, zusammenhängen mit einem neutralen Containerraum denken. Und jetzt müssen wir eben lernen, was wir eigentlich tun, wenn wir tun und wie wir überhaupt wohnen, wie wir leben und das, was wir machen, verstehen und in Beziehung setzen mit dem anderen. Also das, was mich als Kind interessiert hat, bei denen, die auf der Bühne standen und das machten. Lieber Christopher, dann danke ich herzlich für dieses vielschichtige und interessante Gespräch. Was sind deine nächsten Projekte musikalisch? Wo kann man dich jetzt hier erleben? Ja, ich arbeite an bestimmten Dingen konstant. Es gibt eine Solo-Arbeit, die ich mache, heißt Monodosis, das ist auch Recherche-Longue-Durie. Die geht seit 20 Jahren und die setze ich immer weiter fort, die übe ich jeden Tag und ab und zu kann mich das auftreten und dann haben die Menschen immer so einen kurzen Blick in diese Maschine. Dann gibt es das Arbeiten der Konzert, das mache ich seit 2014, das ist auch so eine Befragung, was ist überhaupt ein Konzert, wo Probe und Aufführung so ineinander laufen und bestimmte Verfahren weiterentwickelt werden, zu denen ich auch publiziere. Dann gibt es das Trio Delllinge-Vestergore, was ich vorhin beschrieben hatte und da sind wir sehr, sehr viel unterwegs. Da habe ich euch erlebt mit Tamara Stefanovic als Gäst in der neuen Nationalgalerie. All right, genau mit Tamara. Das war ein sehr eindrucksvolles, sehr energetisch, hochenergetisches Konzert. Ja, es ist fantastisch, dass mit Tamara Stefanovic das ist wirklich outstanding und die Art und Weise, wie die Tamara Stefanovic sozusagen das auch transzendieren kann. Das ist auch ihr Geheimnis, wie sie Boulets spielt, wie sie alles Notierte auch spielt, dass sie das permanent transzendiert. Das hat eine Wahnsinns-Körper-Power. Das ist unglaublich gut. Mit ihr spielen wir jetzt im Sprengel-Museum in Hannover und dann in Berlin bei Classical Next. Und dann ist auch gleichzeitig eine Platte erschienen, eine Platte und CD bei dem renommierten Musiklabel für zeitgenössische Musik, Bastille-Musik. Und ja, wir freuen uns, dass wir das jetzt dem Publikum zur Verfügung stellen können und das auch in Zukunft auch in verschiedener Weise auf die Bühne bringen können. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück für diese kommenden Projekte. Das war der RONDO-Podcast Notenköpfe mit dem Vibraphonisten und Städtebauplaner Christopher Dell. Wenn ihr mehr über Christopher erfahren wollt, dann findet ihr dazu etwas in unseren Shownotes. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert oder ein Like da lasst. Besten Dank und auf Wiederhören. Notenköpfe ist ein Podcast von RONDO, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt Ausführende Produzentin Verena von der Golz Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer Musik Markus Zierhofer